Hallo und willkommen Leute, hier ist Scropped und ich herzlich willkommen zurück zu Sad Satan und ja, es gibt in dem Spiel keine Speicherfunktionen, also könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass ich noch nie in meinem Leben jemals so schnell durch ein Spiel durchgerannt bin wie eben gerade, um einfach wieder zu der Stelle hier zu kommen, wo ich letztes Mal war. Ich glaube, ich habe zwei Minuten oder so gebraucht, bin einfach fucking durchgerannt. Ich wollte nix davon mitbekommen. Ich habe meinen Sound gemutet, komplett ausgeschaltet und bin durchgerannt like crazy. Und jetzt sind wir hier, wo ich keine Ahnung habe, was hier passiert. Ich muss mich auch sagen, ich habe vom Gameplay damals nicht so viel gesehen, weil ich immer darauf warten wollte, dass vielleicht irgendwann mal eine gute Version rauskommt, die ich auch spielen kann und mich dann überraschen lassen kann, was alles in diesem dreckigen Spiel drin ist. Wir können übrigens sprinten, wie ich das mal schon erwähnt habe, aber es ist unglaublich schnell. Wir sprinten echt richtig schnell, deswegen versuche ich mal nicht so viel zu sprinten, damit wir alles mitbekommen, was hier in der Umgebung alles so passiert. Wenn das eine gute Idee ist, was ich nicht glaube. Aber okay, ich habe Angst, dass irgendwas mal hinter uns ist. Ich habe richtig Angst, dass irgendwann mal einfach irgendwas hinter uns ist und uns einfach permanent verfolgt oder so. Wir sehen nämlich auch gefühlt zwei Meter nach vorne, dann ist einfach alles dunkel. Oh fuck, hoffe ich. Ich will gar nicht wissen, was das heißt. Die ganzen Pop-Up-Dinger sind so unangenehm und wir laufen im Kreis, oder? Wir laufen, ne, wir laufen nicht im Kreis. Okay, ist nix hinter uns. Wir haben aktuell keine Musik. Das ist seltsam. Das macht ein bisschen Angst. Oh! What? Hallo? What the fuck? Bitte verfolgt mich nicht. Bitte verfolgt... What the fuck? Äh! Ich will nicht mehr! Und da es im Spiel keinen Speichermöglichkeit gibt, können ich euch vielleicht vorstellen, was das heißt. Ich muss das jetzt komplett am Stück spielen. Das möchte ich nicht. Gott, ich will einfach nur zum nächsten Speichelpunkt. Bitte, lass mich einfach durchhören. Wozu im Fick bin ich? Okay, I don't like this. I don't like this. Lass mich bitte einfach nur zehn Minuten irgendwie durchhalten. Damit ich hiermit fertig werde. Help me, help me, help me, help me, help me, help me. No! Äh! Okay, das ist sehr unangenehm. Gut. Okay, einfach... Die Bilder sind ja nicht so schlimm, außer dieses eine sau-creepy Bild wurde eben. Ich weiß gar nicht, was das war. Ein Gesicht? Irgendwie ein sehr verzerrtes Gesicht, glaube ich. Und das hat mir nicht gefallen. Ich habe echt Angst, dass dieses komische Mädchen hinter uns steht. What? What the fuck? Alter! Okay. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich lass mich einfach hier raus. Ist dahin das Ende? Bitte. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel ist. Ich hab... Ich will nicht wissen, was das war. I don't wanna know. Lauf einfach weiter. Ich hab keine Ahnung. Lauf einfach weiter. Ich will es echt nicht wissen. Oh Gott, ist das unangenehm. Ende? Nein. Oh Mann. Vielleicht kommen wir halt in irgendein Pop-Up, oder? We have a problem with society. We don't care. We are selfish. Hilfe. We have a problem with society. Oh mein... 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 Kann ich... Sterben? Ich gehe nicht. Oh... So, das ist laut. Oh Gott, danke schön. Danke schön. What the fuck? Wird das noch schlimmer? Kann ich... Okay. Das sieht mir ein bisschen zu ruhig aus. Mit dem, was wir da eben... ...erlebt haben? Ich hab's Gefühl, gleich kommt einfach ein BAM-Moment und dann ist alles wieder scheiße. Wollen wir wetten? Okay. Das war schon ziemlich abgefuckt eben. Ich hab Angst, dass es noch schlimmer wird. Und das möchte ich nicht. Ich fand's am Anfang eigentlich voll in Ordnung. Kann's nicht wieder so sein, wie es am Anfang war? What the fuck? Okay. Ich kann nicht mal so generell erklären, was seit Zeiten eigentlich sein soll. Ich glaub, seit Zeiten war so eine Art Gesellschaftskritik gedacht. Weil es ja... Alle Leute, die übrigens hier in den Bildern gezeigt werden, sind meistens irgendwelche Pädophilen oder Massenmörder oder irgendwas in der Richtung gewesen. Und seit Zeiten ist ja einfach nur, der Teufel ist traurig. Und soll einfach heißen, dass... What the fuck? Die Menschheit so schlimm ist, dass sogar der Teufel von der Menschheit enttäuscht ist und traurig ist und... Hallo? Ich hab den Abschnitt hier noch nirgendwo gesehen. In irgendeinem Playthrough oder irgendwas. Ich hab keine Ahnung. Was ist das hier? Ist das ein Grafikfehler? Ist das kein Grafikfehler, oder? Das ist, glaub ich, absichtlich. Ich glaub nicht, dass das absichtlich. Aber... Ich hab Angst, dass irgendwas in diesem hellen Licht ist. Die Musik ist auch zu happy. Ich trau der Scheiße einfach absolut gar nicht. Ich lauf hier lang. Ich trau der Scheiße absolut gar nicht. Das ist zu happy. Das wirkt zu sehr nach nem Ende. Das wirkt zu sehr nach nem Ende. What the fuck? Ich hab keine Ahnung, was das eben heißen sollte. Okay. Lauf ich überhaupt richtig? Kann ich hier falten? Ich hab keine Ahnung. Da ist was. Was auch immer das ist. Ist mir egal. Einfach weiterlaufen. I don't know. I don't... Noch vier Minuten. Dann hab ich genug für den Part aufgenommen. Und dann muss ich weiter aufnehmen. Okay. Ich hoffe wirklich, dass das Spiel nicht so ordentlich lang ist. Es ist mir echt ein bisschen zu abgefuckt. Ich weiß nicht, was da steht. Ich möchte es auch nicht wissen. Ich hoffe einfach, dass absolut nix bedeutet. Einfach nur Bullshit ist. Ich hoffe es. Hallo? Okay. Komme ich überhaupt irgendwo lang? Ich kann springen. Ich kann springen. Okay, wir sind am Ende. I'm sorry. Was? I'm sorry. Das war's. Das war's. Fertig? Das war kurz. Zum Glück. Okay. Ich hatte gerade panische Angst, dass irgendwas auf meinem Desktop ist oder so. Aber das scheint es gewesen zu sein. Okay, das war's. Das war's. Das war's. Das war ziemlich abgefuckt. Vor allem der Mittelteil. Mit diesem Scheiß Schreien. Das war... Okay. Gut. Äh. Nie wieder. Das hat Spaß gemacht. Ich geh' dann jetzt. Ich geh' dann jetzt. Was denn doch nach oben da. Hey, wir haben Seth Satan durchgespielt. Wow. Wie cool. Ich hoffe dann mal, dass wir das nie wieder machen müssen. Okay. Bye. What the fuck?